Hallihallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge hier in Craft Attack 11. Klimms schlimmster Albtraum steht heute bei mir ganz oben auf der To-Do-Liste. Und ich sag euch, der Klimm wird gar nicht mehr einschlafen können, wenn er das gesehen hat. Wer eins und eins zusammenzählen kann, weiß bestimmt schon, was ich damit meine. Bevor wir aber uns zusammen das jetzt anschauen, möchte ich als erstes einmal den lieben RGB-Pixel einladen, unseren Geisterprank auszuprobieren. Wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt die letzte Folge schauen. RGB, komm mal mit, die neueste Etage ist jetzt fertig und ich brauche noch mal so eine Art Versuchskaninchen. Okay, oh hi, was ist denn hier in den Üerknochen? Ja, guck mal, wer hier liegt. Also hier ist schon einer deiner Kollegen. Der hat wenigstens eine gute Aussicht hier aufs Meer. Oh. Aber guck mal, wer hier beerdigt ist. Wie bekommen man denn die Kristalle? Die habe ich mir beim Kroko ausgeliehen. Die hat er mitgebracht. Die sind hier natürlich gewachsen. Cool. Der Kroko liegt hier. Und guck mal, seine Gebeine hier drin. Und sein Bart. Krokos Bart. Aber RGB, das ist alles die Nebenrolle. Ich will dir das hier gar nicht zu sehr zeigen. Okay. Siehst du hier vorne, das wäre dir natürlich selbst auch aufgefallen, diesen kleinen Gang. Bist du mal so lieb und gehst da mal rein. Ganz, 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 ganz unschuldig. Ja, genau. Und dann, nee, nee, wirst du jetzt einfach vorbeigelaufen, wirklich. Ja? Siehst du nicht? Ich dachte. Siehst du nicht den geheimen Eingang hier? Ach da, hier an der Seite? Hier? Nee. Genau, richtig. Da musst du jetzt reinkriechen. Ja, in das Loch noch rein. Wow. Wow. Das ist ja wie in den Pyramiden. Ja, und da ist sogar einer beerdigt. Captain Plan los. Oh. Hast du den Geist gesehen? Nee, ich habe ihn nicht gesehen, ich habe ihn nur gehört. Du musst mal genauer gucken. Ja, geh mal zur Kiste hin. Oh mein Gott. Hä, wie hast du das gemacht? Das sieht ja cool aus. Genau, immer wenn du dich bewegst, kommt der Geist und greift dich quasi an. Das war doch mal eine Reaktion. Ich glaube, ich muss mir nochmal den The Joke Craft schnappen. Der ist ja auch immer ein wenig schreckhaft, wie er auf den Prank reagiert. Jetzt geht es aber erstmal flott zum RGB, denn auch er hat was mit Glimms schlimmsten Albtraum zu tun. Keine Fotos, kein Merken, kein... Okay, ich verspreche hier mit hoch und halig, dass ich nichts aufnehme. Okay. Ja, dann zeig mal, was du mir Geheimes zeigen möchtest. Okay. Pass auf. Also, man geht hier runter und das sieht jetzt ein bisschen schäbig aus. Das sieht jetzt noch nicht so geheim aus, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, ja, hier kommt später noch ein Mechanismus, der das alles... Okay, und dann geht es vom Schwarzmarkt... Ja, ich... In den... Das ist alles so ein bisschen schäbig, aber... Ja, ja, da drehen die meisten schon um. Das ist so, als wenn du auf dem Bazar bist und da die Fake Rolex kaufen willst. Oh! Schönes Diorite. Neu erhöhter Quarzgehalt. Was haben wir denn sonst noch hier? Diorite, Trademark, Markenqualität. Weißer Kies, No Gravity. Diorite, ohne Kinderarbeit. Was? Sonderangebot mit Extrakanten. Oh, das ist aber wirklich schön gemacht hier. Mit besonders großen Klömmchen. Handgefertigtes Diorite. Ich sehe schon, dafür brauchst du das Diorite. Mit extra großer Rohrbarverunreinigung. Diorite nach ISO 2045. Original vulkanisches Diorite. Das muss noch da rein. Das muss ich gleich noch reinlegen. Ja, das habe ich extra noch umbenannt. Also, ich glaube, wenn Klim das hier sieht, dann verlässt er, glaube ich, die Insel. Oder was meinst du? Ja, ich glaube auch. Deshalb muss das halt streng geheim bleiben. Okay, ich schwöre hoch und heilig, ich verrate nichts. Der nächste Gang nach unten ist damit auch schon fertig. Und das ist auch eine ziemlich lange Treppe gewesen, die jetzt hier auf Level 3 ist, das, glaube ich, ankommt. Also, wir sind schon jetzt relativ nah am Boden, wo dann auch einiges passieren soll. Hier würde ich jetzt gerne auch zusätzlich, vor allem in die Rückwand, gerne so einzelne Gruften einbauen. Gruften sind es doch nicht geworden. Es sind hier eher normale Gräber geworden. Und zwar habe ich noch einige Zuschauer gehabt, die auch ein Grab haben wollten. Und die sind jetzt hier alle verewigt, genauso wie der RGB-Pixel, der hier tot durch CMYK bekommen hat. Die Aussicht ist auch hier wieder wunderbar schön. Das gleiche Wege-Layout. Für überall anders. Und ich muss sagen, so langsam wächst mir der Friedhof doch ans Herz. Also, wenn man hier durchgeht und hier entlang geht, hat man, glaube ich, unglaublich viel zu erkunden. Hat unglaublich viele coole, lustige Sprüche dabei. Und auch der nächste Weg, der ist schon fertig geworden. Hierbei handelt es sich auch wieder um extremst langen Weg. Und wenn der Weg jetzt hier zu Ende ist, bleiben nur noch zwei Wege übrig. Und dann sind wir schon unten angekommen. Quasi also nur noch hier vorne der Weg nach unten. Und dann guckt man schon in die letzte Kammer rein. Und dann beginnt der spannende Part. Ich bin gespannt, ob wir da noch zu kommen in der Folge. Aber hier draußen wird dann richtig, richtig viel Arbeit. Aber endlich auch mal ein bisschen Abwechslung vom Bauen her. Jetzt brauche ich aber erst einmal eure Hilfe. Und zwar habe ich gehört, war der Kroko unterwegs und hat hier unseren schönen Valentinstag-Prank besucht. Fast einen Monat später, aber alles noch cool. Hat er denn was dazu gesagt? Ich habe es leider nicht mitbekommen. Und ich glaube, ein Video war es auch nicht. Also diejenigen von euch, die Krokos Livestream schauen, geht mal in die Kommentare und lasst mich mal wissen, was der Kroko und hoffentlich auch die Lady Kroko dazu gesagt hat. Jetzt wird es Zeit, sich aber erst einmal den wichtigen Dingen zu widmen. Und zwar den Gräbern für meine Bamboo Bay und Piratenkollegen. Ich möchte für jeden ein eigenes Grab bauen. Viele sind schon untergekommen. Und jetzt soll auch noch ein schickes Grab für den Klim hinzukommen. Der Plan ist, dass man jetzt quasi hier durch die Wandöffnung geht. Ich würde es jetzt nicht zu stark ausbauen, dass es eher wie so ein kleiner Gang in eine dunkle Gruft ist und dann hier im Klimmschen Diarite Grab ankommt. Und ich mache jetzt nicht nur ein einfaches Grab, sondern ich würde sagen, wir bauen direkt eine ganze Gruft, dass der Klimm sich über dieses wunderschöne Diarite-Geschenk umso mehr freuen kann. Dann Höhle plus Diarite gleich Klimms neues Zuhause. Ich würde sagen, das sieht doch gut aus, ohne dass es irgendwie zu sehr irgendwie künstlich ausschaut. Ich finde, das ist eine schicke Grabkammer. Coole Mischung aus irgendwie so Wand, die sich weiß verfärbt oder nach Diarite verfärbt und so einer gestützten Decke. Hier vorne soll jetzt noch das Grab drauf und dann muss ich noch irgendwelche lustigen Details mit einbauen. Tada! Klimms Grab ist fertig. Er sagt ja so schön immer, Diarite, nur über meine Leiche. Und jetzt ist es soweit. Der Klimm ist quasi hier beerdigt und voll im Diarite gefangen. Ich finde, das sieht richtig cool aus. Klimm ist bei durch die Rache des Diarites gestorben und ihr seht es hier. Wunderschöne Muster an der Wand. Mosaike aus einem ganz besonderen Stein. Diarite. Ich glaube, das ist genau das, was der Klimm mag. Schön dämmerige Atmosphäre. Das Diarite kann hier wirklich voll seine Wirkung entfalten. Und wenn man jetzt hier ins Grab schaut und das doch mal öffnet, dann seht ihr, liegen hier drin Klimmsgebeine und natürlich auch, wie es sich gehört, ordentlich Diarite. Was meint ihr? Wird mir der Klimm den Kopf abreißen, wenn er hier seinen aller, aller schlimmsten Albtraum sieht. Und damit sind wir schon am Ende der Folge angekommen. Wie ihr aktuell seht, bin ich fleißig am Friedhof bauen. Das Projekt liegt mir sehr am Herzen. Ich möchte keine Craft-Attack-Base zurücklassen, die irgendwie nicht fertig ist oder kein Craft-Attack-Projekt. Und genau deshalb lege ich mich jetzt hier die letzten Folgen ins Zeug. Ich hoffe, dass wir bald hiermit gut vorankommen und fertig werden. Und dann ist auch wieder Zeit für den ein oder anderen Prank und natürlich auch ein wenig mehr Action. Wenn es euch trotzdem gefällt, nicht vergessen, den Daumen nach oben zu geben, den Kanal kostenlos zu abonnieren und ich sage an dieser Stelle danke schön fürs Zusehen und bis bald.